Herzlich Willkommen in einem weiteren YouTube Video von mir. Heute geht es rauf auf den wunderschönen Geisberg in Salzburg. Der Weg führt über den Nockstein, eine High-and-Fly-Tour, ein Weg rauf zu Fuß und der zweite Weg ist dann nach einer gemütlichen Pause runter mit einem Fahrrad weiter zum Auto. Musik 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 Ganze zwei Drittel sind geschafft Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.